So, das hört man jetzt auf der Form an. Ich weiß nicht, wer da die ganze Zeit herumgesungen wird. Nein, das wissen wir jetzt echt nicht. Ey, lass mal ein bisschen anbauen, wir haben Samen. Also nicht die Samen, die du denkst, aber... Natürlich, ich denke auch... Aber warte, lass uns mal von hier aus angucken. Yeah. Sieht kühl aus. Das klappt überhaupt nicht. Warte dann, Spitzhacke. Dann Schaufel. Warte dann, nimm die Schere. Mach rechts, klick mal drauf. Dann baust du damit ab? Mit der Sche... Mit der... Oh Mann, womit? Ich denk mal, die sind noch nicht genug entwickelt. Die kann man noch nicht abbauen, wetten wir? Ja, kann man noch nicht. Aber da unten ist ein Pilz. Ah, die droppen Pilze. Vielleicht sollten wir ihn einfach stehen lassen. Warte, bauen wir ab. Achso, aber das obere kann man garantiert abbauen. Warte, mach erst mal den Stiel ab. Ja, wir machen jetzt erst mal den Stiel ab. Und dann gucken wir... Schade, ich würde den Stiel echt gern bauen. Der sieht richtig geil aus. Können wir so für Säulen benutzen. Warte mal, wir sehen, ob man das mit... Nee. Mit Axt? Wo ist eine Axt? Oh, haben wir noch eine Axt? Ja. Das bringt alles nichts, guck. Siehst du? Ja, aber guckt doch jetzt mal eine Schaufel. Nein, das droppt nichts. Natürlich droppt es nur, wenn man es mit der Hand macht. Nein. Und dann Schwert. Stimmt, Schwert könnte noch... Nee, droppt alles nichts. Ach, doch, hat's. Echt? Es droppt Mushrooms, ja. Ja. Ja, aber nur... Aber das ist scheißegal, mit was man das macht. Das ist nur zufällig. Ja. Oh man, wir können die nicht bauen, die Dinger. Aber cool, lass uns gleich so ein Teil anpflanzen. Und dann, ähm... Und dann das, was da rauskommt. Und dann da drauf bauen, verstehst du? Ja, ein Mushroomhaus. Was ist das denn? Ach, ein Chicken. Ich dachte gerade so... Ein neues Biodon, eine neue Pflanze. Dabei war es nur ein Chicken. Eine Chickenpflanze. Cool, wenn das Mushroom... Warte. Oh, wir haben unsere Mushrooms schon verdoppelt. Das ist gut. Wenn wir solche Dinger uns anbauen. Wenn wir uns die wirklich anpflanzen wollen. Ah, ich brauch's so... Mit was weiß ich immer. Ich brauch's mit der Chicken... Shovel. Chicken Shovel. So. Mit der Schinken Shovel. So. Dann könnte man daraus echt Profit ziehen, indem man die ganze Zeit die Mushrooms... Erntet die da. Ah, da waren jetzt keine Mushrooms mehr. Wollen wir uns einen machen? Oh, doch. Yes. Warte. Wie viele Mushrooms haben wir jetzt? Elf! Yes! Wir hatten gerade nur drei! Irgendwie... Irgendwie bringt's die Pilze das doch. Guck mal. Wir haben jetzt elf Mushrooms. Ja. Vorher hatten wir nur drei. Ja, lass es jetzt. Wollen wir... Nein, 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 nein. Oh. Lass uns hier einen bauen und lass dann auf den Pilzen ein Haus bauen. Nein, wir müssen... Wir machen jetzt... Lass jetzt einfach hier normal weitermachen. Oh, komm schon. Lass ein Pilzhaus bauen. Lass eine Pilzsuppe machen. Ja, stimmt. Dafür besparen wir uns die Pilze jetzt immer. Irgendwie hat das schon gebracht, weil man kann jetzt, glaube ich, Pilze eben durch diese riesen Mushrooms farben, weil man dann mehr kriegt. Also da zieht man schon Profit raus aus diesen Dingern. Hm. So. Und... Lass eine Eisenspitzhacke machen und dann wieder zu den Diamanten gehen, die wir gesehen haben. Ja, da müssen wir uns aber richtig gut drauf vorbereiten, weil da war ein Creep. Lass eine Rüstung machen. Lass eine Rüstung machen. Rüstung. Aus... Aus... Was? Aus Eisen. Aus Eisen. Ja, dann können wir uns aber nur noch einen Helm machen. Ja und? Machen sie einfach. Wir wollen... Das war recht. Naja, wir brauchen das noch für die Eisenspitzhacke. Oder warte. Nein, nein, bitte nicht. Nein! Oh, Eike. Das kriegen wir jetzt nicht mehr. Was? Oh, ich hasse es. Ich hasse Minecraft. Ja, das kriegen wir jetzt nicht mehr. Ich hasse Minecraft. Ich hasse Minecraft. Ich wette, das liegt an der Work... ähm, an der Crafting Bench. Na, das kriegen wir nicht mehr. Egal. Warte, lass uns kurz. Was? Was? Oh, ich hasse es sofort. Immer noch nicht. Äh. Toll. Super. Unser schönes Eisen. Ach nein, das ist so eine Kacke. So eine... Nein! Okay. Das ist echt kacke, so ein verbuggtes Spiel zu... Let's playen. Let's playen. Oh man. Nein! Oh bitte, jetzt seid nicht das... Das Schicken ist jetzt weg. Ne, das Schicken kriegen wir natürlich wieder, aber das Eisen nicht. Ne, klar. Klar. Mach das mal wieder zu. Verarschungs ruhig. Minecraft. Ich hoffe, das Eis bleibt da so lange liegen, bis der Bug weg ist. Nein! Das bleibt nur 5 Minuten. Scheiße. Egal. Wir müssen jetzt erstmal Eisen abbauen. Holen. Holen. Tun. Machen. Ja, wir holen uns jetzt erstmal Eisen. Das schaffen wir. Wollen wir aufs Peaceful stellen kurz? Um das Eisen zu holen? Nein. Okay, wir minen jetzt etwas und stellen dabei auf Peaceful. Das ist zwar doof, aber... Aber dann bin ich jetzt erstmal wieder dran, okay? Nein, komm. Ich möchte noch ganz kurz... Ich möchte noch ganz kurz Eisen holen. Nein. Du warst jetzt so lange... Nein! Ganz kurz Eisen. Das geht nicht kurz. Das geht ganz kurz. Noch. Und jetzt steht da so hier wohl rein. Ich bleibe auch auf Peaceful. Sollten die Endermans auch in Peaceful kommen? Nein. Das wäre echt mies. Okay, du das. Okay. Ich dachte eigentlich, man könnte irgendwie so einen schicken Mampfen und dann könnte man sich's noch für später aufsparen. Das ist so eine Lebensleiste. Das wäre cool gewesen. Es gibt nur eine Abstand in den Weg. Such ein Eisen! Such das Eisen! Such das Eis! Und wenn du Kohle findest kannst du es... Ne anderes Spezialgerät nehmen... Ah! Wir haben ne Axt zu können! Jetzt in die Luft. Wollern einfach. Ich dachte schon. Es kommt jetzt rein. Wann einfach. Wann einfach was du tun. Nehmen wir lieber dort. Ah, ne, nicht dort. Toll. Da waren wir sowas schon mal. Und wussten sogar, dass das... Eisen. Eisen, Eisen, Eisen. Ja, das ist gut. Das ist richtig gut. Aua. Jetzt mit Eisenohr hochbauen. Die Virendatenbank wurde aktualisiert. Ja, das interessiert mich jetzt auch mega. Die Virendatenbank wurde aktualisiert. He he he. Fridoli. Ich fand das ich glaube gerade. So. Kabistone hochbau, Kabistone hochbau. Ich dachte schon, man kann sich jetzt nicht mehr hochbauen, ehrlich. Ja, es wurde gefixt. Da war Eis in Boden. Ich weiß. Ich möchte nur noch die Whales mitnehmen. Oh, wir hatten so viele Whales. Oh, wenn ich darüber nachdenke. Wir hätten eigentlich ganz, ganz... Wir hätten eigentlich alles schaffen können. Ich hätte nämlich eigentlich nur noch mit unserer Eisenspitzhacke nach oben graben müssen. Wir hatten Redstone, wir hatten Eisen. Das hätten wir zu einem Kompass machen können. Hätten ganz leicht zu unserem Sturm gefunden. Warte, das war das Eisen. Ja. Warum? Was für eine Rüstung. Ehrlich, das ist so ein Scheiß. Echt, da hätten wir kurz auf Peaceful stellen können, damit wir noch heile rausgekommen wären. So wie jetzt. Das ist eigentlich ja ziemlich feige von uns, dass wir jetzt auf Peaceful stellen, aber kommt. Das gleicht es aus, dass wir auf Hart spielen. So. Ja. Naja, eigentlich nicht, aber immerhin können wir jetzt erstmal in Ruhe abbauen und dann später die Mine nochmal richtig erkunden. Warte, mal, setz mal in der Fackel, man sieht kaum noch was. Haben wir Sticks mitgenommen? Egal. Ne, haben wir nicht. Glaube ich nicht. Warum nicht? Komm mal ins Inventar, wenn wir noch die Mushrooms haben. Ne, haben wir reingefallen. Riesenmaschinen sind hier, was ist ziemlich cool. Nur dumm, dass man sie nicht abbauen kann. Genau. Yay, wir sind wieder in unserer restlichen Riesen... Oh man, die schöne Kiste, ey, die schöne Kiste. Äh, warte, da ging es doch lang zu den Diamanten, oder? Mhm. Gut. Neo geht jetzt runter, aber erstmal. Schöne Kohle. Kohle, 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 Kohle. Haben wir uns eine Diamantenspitze, äh, eine Eisenspitze gemacht? Ne, haben wir nicht. Äh, die müssen uns in der Höhle machen. Oh, die hast du nicht gemacht? Nein, weil... Egal. Weil das Eisen runtergefallen ist, dachte ich, holen wir uns erstmal ein. Aber Leute, jetzt kommen wir zu Diamanten und das wird extra spannend. Hä, mit einem... Wollen wir uns ein Diamantschwert? Ne, Diamantpickaxe, würde ich sagen. Erstmal, nein. Mhm. Aber wenn wir dann später, äh, besser sind, können wir uns auch mal, äh, es ist besser. Aber kommt drauf an, wie viele Diamanten wir finden. Können wir Ob-Sity machen und kommen in den Nieser ein. Ui! Und den gucken, ob der Nieser besser geworden ist. Und können wir den Glowstone holen, ja. Ich glaube aber eigentlich nicht, dass der Nieser besser geworden ist. Was machst du eigentlich? Mach das Wasser einfach weg! Stimmt. Klopp. Das nervt uns das Wasser, wenn wir es schon nichts wegmachen können. So. Holz brauchen wir eigentlich gar nicht. Oh, diese unterirdischen Scheißflüsse. Oh, vorne hier noch den Sauceblock weg, genau. Das war dumm, weil das ist die schöne Fackel im Arsch. Die ist jetzt irgendwo unten. Egal. Oh. Das ist ja ganz traurig. Warte, wir haben hier ja Holz von den Minenarbeitern. Das heißt, wir könnten hier unterirdisch eigentlich eine Crafting-Table machen und so eine kleine Basis bauen. Und dann, äh... Ja, und das mal ganz wieder Basis... Basen bauen. Oder wie man das... Ja, wo wir dann Betten... Ach du Scheiße. Naja, die Diamanten sind aus. Eigentlich ist das gar nicht aufregend. Wollen wir uns da wieder anmachen? Nee, erstmal nicht, ne? Aber hier irgendwo... Hier waren wir, hier waren wir. Geh mal zurück, geh mal zurück. Geh mal da... Geh mal dahin, wo du gerade wärst. Was? Da sind wir gestorben. Genau da. Ja, da ist noch ein Krater. Doch, hier sind wir gestorben. Glaub mir. Und da haben wir... Da sind die Diamanten, da unten. Okay, wir müssen da runter. Ja, aber erstmal machen wir hier Eis und so. Ja, und wir müssen erstmal das Minenarbeiter... Das sind vier Diamanten, dicker Mann. Ey, lass uns erstmal... Dicker Mann. Ich bin nicht, dick. Ich bin nicht alt. Äh, wir wollen uns keine Diamantenschaufel, okay? Nein. Das ist... Verschwender, wir suchen dann... Okay, auf dem Server bin ich oft mit einer Diamantenschaufel zu sehen, aber... Spleave. So ein Spleave hat aus Sand. Nur ein Schlag und dann kracht alles so zusammen. Das ist okay. Und zu meinem Singleplayer Spleave spielen gegen einen Creeper. Und der sprengt uns dann die Blöcke vor unserer Nase weg. Warte, mach mal Licht, damit wir wissen, dass wir hier waren und dann nicht irgendwie... Weißt du? Elendig in der Höhle verrecken. Okay, lass uns... Äh, ehrlich gesagt, finde ich das LOL, dass wir gestorben sind. Lass uns den Minenschacht abbauen. Warte, was? Äh, was? Bauen wir mal den... Bauen wir mal das Minenteil weg. Und dann können wir uns daraus eine Crafting Table machen. Nee. Nee. Nicht? Wann nicht voll cool, dass man ein unterirdisch Holz findet. Erstmal gucken wir hier. Was hier so... Lalalalalala... Lalalalalala... Dir ist klar, dass auf dem gleichen Niveau von anderen Diamanten meistens 20 Blöcke weiter andere Diamanten sind. Mist. Das heißt, wenn wir... Gold! Das heißt, wenn wir von den Diamanten... Oh, scheiße. Der Sourceblock ist hoch. Pass auf, wenn wir jetzt anfangen zu brennen und wir sind auf Peaceful... Nein. Fuck. Steckt ja der Lava gerade irgendwie. Ach nee, wolltest du? Nee, doch nicht. Nein. Fuck, jetzt breitet sich das aus. Ja, das war nicht gut. Das war überhaupt nicht gut. Das war richtig schlecht. Rennen, Basti. Toll. Egal, dass Gold können wir uns holen. Nein, können wir nicht. Wir haben nur ein Eisen. So. Ja, stimmt. Neben uns. Scheiße. Ich hab irgendwie Angst, dass das ganze Holz der Minenarbeiter jetzt anfängt zu brennen. Und dann stürzt die Höhle ein. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. So. Komm, wir bauen uns jetzt eine Craft. Ich bin lahnisch. Ich hab nicht mehr vor. Ich hab jetzt. Ich hab nicht mehr ge Vlog.